Guten Tag meine lieben Friends, bevor wir Apache 207 uns anhören, möchte ich gerne zu jemandem eine Antwort geben, ja, denn danke Patrick nochmal, das ist mein Moderator, der hat mir heute eine Nachricht geschickt, die unter dem Video von Bushido hinterlassen worden ist, und ich muss zugeben, ich schaffe wirklich nicht alles mittlerweile, also das heißt, ich schaffe nicht alle Nachrichten zu lesen, weil, Moment, das erkläre ich gleich, ja, warum das so ist, und deswegen habe ich Patrick da, der sich so ein bisschen drum kümmert und gewisse Nachrichten an mich rübersendet, denn eine Person, Mystica90, hat so ein bisschen seinen, ich würde sagen, Frust hinterlassen, was ich auch auf jeden Fall mal verstehen kann, es ging nämlich darum, dass ich eine gewisse Zeile einfach nicht zurückgeben konnte, und wahrscheinlich hatte ich das so ein bisschen aufgeregt, Also, man beschützt mich nicht vor, Alter, das ist gerade mega peinlich, ich glaube, ich schneide das raus, ich möchte mich dazu äußern, zuallererst, ich nehme keine Drogen, also ich nehme wirklich gar keine Drogen, ja, ähm, wenn ich mal eine Shisha in der Woche mal schaffe zu rauchen, ist das einzige, was an den Drogeninhalt so, ja, was die eine Droge ist, sage ich mal, so, das nächste ist, ähm, Ich habe eine eigene Firma, und ich arbeite mit einer Firma zusammen, und ich habe YouTube, und solche Videos, wie zum Beispiel gestern, auch mit Bushido, das entsteht meistens dann, wenn ich von der Arbeit komme, und mich hinsetze, und mich erstmal mit Hip-Hop beschäftige, und dann mir die Videos anschauen, das ist echt schwer, ich muss wirklich sagen, es ist echt schwer und sehr belastend, wir alle sind Menschen, wir machen alle Fehler, jeder von uns, es gibt keinen, der perfekt ist, Und deswegen, zum Beispiel, so mache ich das, ich schneide fast nie meine Videos, ich lasse sie so, wie die sind, um zu zeigen, ich bin ein Mensch, ich mache Fehler, und diese Fehler sollt ihr auch mitbekommen, ja, Ich hätte jetzt das Video so perfekt zusammenschneiden können, dass man wirklich denken, gedacht hätte, yo, der hat Ahnung, ja, aber habe ich nicht, ich habe es so gelassen, Und das ist zum Beispiel für mich wichtig, und ich muss sagen, wenn ich so wie ich, zum Beispiel gestern, ich habe 15 Stunden gearbeitet, ja, ich acker gerade so viel, dass ich meine Familie entlasten kann, und meiner Familie etwas bieten kann, wovon ich schon Ewigkeiten träume einfach, ja, damit einfach keine Probleme mehr da sind, und diesen Weg versuche ich zu gehen, und das ist wirklich mit Verbindung mit YouTube, und ich habe mich halt für die Kategorie Rap entschieden, ist das wirklich schwer vereinbar, weil aus der Kategorie, wo ich jetzt gerade mich befinde, also im realen Leben, hat nichts mit Hip-Hop zu tun, und deswegen möchte ich einfach, dass die Leute so ein bisschen verstehen, und ein bisschen irgendwo so Empathie zeigen, ja, es ist wirklich nicht böse gemeint, und ich kann den Kommentar voll nachvollziehen, alles cool, nur es gab halt diesen einen Versprecher im Video, ja, ich habe mir nochmal mein eigenes Video angeschaut, und habe nochmal, das war jetzt heute, und habe nochmal Genius ausgepackt, ja, ich wusste gar nicht, dass auf Genius schon der Text online ist, anscheinend ist es, und ich muss sagen, ich habe wirklich auf Genius geguckt, und mein Video, und dann habe ich mir gedacht, Alter, das ist fast gleich, also was in Genius steht, und was ich gesagt habe, ist fast gleich, und deswegen verstehe ich nicht, jetzt so gesehen die Aussage, nur wegen einem Versprecher, ja gut, es ist halt euer Ding, ihr könnt auch das Kommentar lassen, ich werde die Videos auch weiterhin nicht cutten, außer wenn es wirklich irgendwie so Sachen dazwischen kommen, wie mein Telefon hier, oder irgendwie im Hintergrund, meine Kinder, oder sonst was, ja, ansonsten, Apache, ist ein geiler Typ, ich feiere den, und seine Musik, und deshalb würde ich sagen, los geht's, oh Gott, was fliegt hier rum, so. Genauso wie hier zum Beispiel, jetzt habe ich jetzt gestoppt, möchte ich auch was mich da, also ich möchte mich auch dazu äußern, das Stoppen ist leider auf meinem Kanal normal, ich habe keine Verträge, wie zum Beispiel Too Bout, oder Abkommen, wie Too Bout, oder wie der aber auch immer heißt, mit gewissen Labels oder gewissen Netzwerken, die ihn so freisprechen von, 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 ähm, von, äh, von, äh, von diesen ganzen Richtlinien, ja, also der ist quasi auch Whitelist. Ich habe leider keine Verträge mit solchen Netzwerken, wo ich auch Whitelist bin. Das heißt, deswegen muss ich so oft stoppen, ja, das ist halt so, sonst werden die Videos halt gesperrt, also tut es mir schon mal leid. 14 Uhr, ich wach rauf, Hotelzimmer ist das anruft, mich an, oh Bruder, bitte komm raus, yeah. Session, Session, du musst representen, neben mir liegt ne Frau, ich muss... Das ist natürlich immer geil bei, bei, bei Apache, was, ich finde das wirklich mega geil, immer dieser Beat und wie der so float. Tö, 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 tö. Ja, vielleicht kennt ihr das, das erinnert mich so ein bisschen an die 90er. Vielleicht kennt ihr solche Lieder wie Call me Mr. Wayne, call me Mr. Wayne oder irgendwie sowas, ja. Das waren so diese 90er und da waren so ungefähr so ähnliche Beats. Moment, ich suche das mal raus, dann können wir das mal kurz vergleichen. So, ich fühle das halt einfach so, ja. Ja, call me, call me Mr. Wayne, genau, call me Mr. Wayne. Und jetzt, wenn man so ein bisschen den Beat mal hört, der ist natürlich nicht identisch, nicht 100%, aber so diesen Rhythmus, der da ist und wie er so da drauf rappt, dann denkt man so, Alter, da kommt mir bekannt vor, hab ich doch früher in der Disco so gefeiert. So ungefähr. Session, Session, du musst repräsenten, neben mir liegt ne Frau. Ich muss jetzt los und sie guckt mich an, oh guck nicht so, ich weiß auch. Komm her, du kleiner Kach. So, und jetzt dieser Beat und so ungefähr dieser Beat, ja. Ja, das ist so, erinnert mich krass an diese 90er Sachen, ja. Und der bringt das auch gut rüber. Ich weiß nicht, ob das wirklich auch in die Kategorie Hip-Hop fällt. Keine Ahnung. Also da ist auf jeden Fall Rap dabei. Rap ist mittlerweile so vielfältig, man kann nicht direkt sagen, ob das jetzt, was jetzt überhaupt Rap mittlerweile ist. Erstmal winkt und dann sitzt ich in der Karre, weißt du. So, ich hab gewinkt, das reicht, komm. Guck mal, und dann sitz ich auch mal in der Karre drin. Ja, das ist geil. Also, man fängt automatisch mit zu nicken, ja. Diese Hooks, Parts, natürlich, man kann jetzt drüber viel sagen und man kann jetzt irgendwie das auseinanderknüpfen und sagen, das gehört nicht zu Hip-Hop und das gehört zu Hip-Hop dazu. Im Endeffekt macht Apache etwas, was viele überhaupt nicht hinbekommen. Also, das ist jetzt meine Meinung. Er hat so ein gewisses Charisma, so ein gewisses Charisma und dazu auch noch so einen gewissen Witz in den Videos, wo man die Videos so anschaut und man muss einfach grinsen, aber man muss auch mitnicken, weil es einfach Bock macht, seinen Sound zu hören. Und meiner Meinung nach ist Apache einer der Künstler, der das wirklich schafft, das alles in einem Video zu verbinden. Ich feiere ihn deswegen. Das ist einfach ein geiler Typ. Es schafft nur einer im Video die ganze Zeit zu rennen. Nur der Typ. Bester Mann. Wäre natürlich jetzt noch sensationell, dass er am Ende nochmal läuft. Ja. Weil ich finde, das ist irgendwie so sein, so ein kleines Image mittlerweile geworden. Wie so ein Meme quasi, weißt du? Dass er am Ende einmal noch so rennt. Das sollte er einfach nicht aufgeben. Ich glaube, der sollte das in jedem Video irgendwie einbauen. Wenigstens irgendwo dazwischen. Ich glaube, das könnte er ein, zwei Jahre locker machen. Und jeder hätte Spaß dran. Wirklich ist es sehr schwer, seine Musik auszudrücken. Die ist wirklich gut. Also, aber das ist für mich, ehrlich gesagt, nicht so dieser Rap, den ich eigentlich so mag und den ich eigentlich höre. Wie zum Beispiel Bushido oder, weiß ich nicht, Sido und sowas. Ja, das ist so, oder Kult Savas. Das sind so Sachen, die ich, oder Künstler, von denen ich gerne die Sachen höre. Ja, aber nichtsdestotrotz hat irgendwas Apache, dass ich angefangen habe, ihn zu lieben, einfach. Aus was für einer Art auch immer. Ich weiß nicht, aber ich fühle einfach seine Mucke. Ich fühle das, was er macht. Boah, wie soll man etwas interpretieren, was man im Herzen hat? Das ist so schwer. Alter, was für Schuhe. Oh man, der Typ. In Bezug auf Herz, was man so im Herz fühlt und was man, wie man das interpretieren soll. Also, ich muss echt zugeben, wisst ihr, ihr hört Musik, ihr seid so ein Hip-Hop-Liebhaber. Ich bin auch, ich liebe Hip-Hop, ich höre das schon seit über 20 Jahren. Und nichtsdestotrotz, obwohl ihr eigentlich so ein Hip-Hop-Liebhaber seid, habt ihr zwischendurch irgendwo so eine Musik gehabt aus irgendeinem anderen Genre, die ihr einfach gefeiert habt. Zumal zur damaligen Zeit gab es ein paar Songs von DJ Bobo zum Beispiel, habe ich gefeiert. Xevin Naidu damals, habe ich gefeiert. Und wenn man das gefeiert hat und plötzlich hört man genau dieselben Elemente oder wenigstens diesen selben Rhythmus, heute im Hip-Hop eigentlich, was jetzt so ungefähr, wo sich so ungefähr Apache jetzt gerade befindet, dann wird man einfach zurückversetzt in diese Zeit, wo man 14, 13 oder 12 Jahre alt war und wo man diese Mucke einfach gefeiert hat und plötzlich ist sie hier im Hip-Hop. Und das zu formulieren irgendwie aus dem Herzen heraus ist fucking schwer. Ihr glaubt es nicht, wie ich im Inneren weine, wenn ich so einen Rhythmus höre wie bei Apache. Ich erinnere mich sofort wie von diesem Callin' Mr. Wayne. Da gibt es zigtausend Beispiele. Deswegen, deswegen verhaspel ich da mich auch ein bisschen. Tut mir leid. So einen Bauch habe ich mittlerweile auch, ja. Passiert, wenn man älter wird. Ich feier den Typ einfach so geil. Ja, der Typ ist einfach Killer. Der hat so Videos, wo ich einfach wahnsinnig werde. Durch meine Stadt, ich geb kein Fick 200k. Für alles, was ich sag, alles, was ich mach, kann ich später mal nicht bar bezahlen. Okay, das ist gut gemacht. Obwohl, sowas habe ich auch gemacht. Eigentlich sitzt hier eine Person, hier sitzt er. Aber gut, hier ist der Verkehr noch im Hintergrund. Also das zu cutten so ist... Wo war ich? Apache ist besser. Apache ist einfach geil. Es ist eine Maschine. Verdammt nochmal. Es ist einfach ein Genie, was er da einfach raushaut. Meiner Meinung. Wir sehen uns. Tschüss.